blind full gamer folge 1 herzlich willkommen ich bin simon neben mir sitzt diesmal nicht mein mitspieler sondern mein gegner allmann und blind full gamer wie der name schon sagt funktioniert folgendermaßen erklärt du es auch am besten ja einer ist blind der andere nicht und der der es nicht ist ist die stimme oder der aktiongeber der befehlshaber wie man das auch immer nennen möchte des blindfold gamers das heißt um es mal in menschlicher sprache auszudrücken der blinde spieler bekommt aktionen zugesagt wie er spielen soll und ja und so spielt er dann auch und wir machen das natürlich ein bisschen im contest deswegen haben wir auch ganz schön donkey kong ausgewählt denn er hat schon ein contest funktion eingebaut perfekt für uns und ja der gewinnt der den blinden spieler weiter bringt also das heißt nicht der spieler der blind weiter gekommen ist hat gewonnen sondern der der besser dirigieren kann übrigens hier muss übrigens noch mal erwähnt werden bevor ich dir gleich kräftig in den arsch drehe donkey kong geilste spiel der welt schreibt euch auf donkey kong country wer keine wer eine kindheit hatte und mal draußen war weiß vielleicht nicht wer so wie ich den ganzen tag drin war und donkey kong gespielt hat der wird genau wissen was ich jetzt gerade erzähle während du dir die augenwinde aufsetzt es gibt auch keine online version für die jüngeren spieler unter uns es gibt kein donkey kong online weiß gar nicht gibt es aber das es gibt eine neue version für die wii aber die ist wahrscheinlich auch nicht online ist oldschool konsolen 2 hier immer das pad zwei spieler spaß wie auch immer fangen wir doch einfach mal an da ich alles auswendig kenne ich kann probieren drückt wie wenn es los geht so 11 vielleicht mal ganz langsam mal ganz langsam ich bewege mich ja links links unten oben geht nicht weil das ja nicht springen ist dann haben wir hier springen ja genau da ist nicht springen und springen wie es ist springen springen ok aber dann ist das hier schnelles laufen das ist rolle schnelles laufen genau alles ich brauchst du nicht dann gehen wir nach links und b jetzt habe ich dich in die hülle geschickt ok jetzt erklärt sich gerade die story des spiels deine deine dein bananen vorrat ist weg oh god schicken wir dich da lieber nicht rein geh einfach nach rechts gehen nach rechts gehen nach springen ja du bist doch weil du nicht reagierst auf mich wie schneller fail ganz hart ok also wiederwechsel gib mir das pad ist also wie weit bin ich gekommen du bist zum ersten scheiß gegner gekommen alles klar abgekratzt ist das schon mal ein moment moment wir die wir ziehen diese gesamte links durch würde ich sagen bis keiner bis jemand kein leben mehr hat ja so ihr brauchst nicht erklären wenn es geht nicht knapp auswendig so sagt mir einfach was ich tun soll ja gut ja ja rechts hier springen springen rechts rechts ja du musst weiter rechts und da kommt der gegner ich bin sogar schon obwohl du nicht mal gesagt was ich tun soll das ist unglaublich ich sehe schon du gewinnst das spiel weil ich besser drin bin weiter rechts 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 und dann stopp 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 erst mal ein bisschen links ja und nimm mal hier das fass auf ja ich weiß ja du hast es ja okay die die kong ist jetzt bei dir ja geil okay jetzt langsam weiter ja ja jetzt könntest du wenn du ja schon hoch jetzt bin ich zu langsam die die kommst du noch da okay pass auf spring hoch spring hoch spring ja spring hoch und ne war er jetzt 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 jetzt spring hoch rechts rechts nach oben springen genau genau pass auf da wird gleich ein gegner kommen also ganz schnell ja okay du hast zu wenig recht zunächst so jetzt hier nichts und alles klar jetzt rechts 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 war das was springen das ist springen ja du jetzt sprichst du jetzt rechts rechts springt alter schwede war das klar ja weiter nach rechts weiter nach rechts nimm das fass auf was aufnehmen das ist y habe ich nie hast du nicht muss weiter nach rechts und dann noch mal jetzt noch mal ja genau jetzt hast du es lauf weiter lauf weiter lauf weiter wenn du wenn du wenn ich sage lässt du y los okay alles klar lass los was los sehr schön weiter rechts weiter rechts rolle 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 ja so ist auch gut ja alles klar weiter weiter geh weiter geh weiter geh weiter geh weiter roll weiter roll weiter ja sehr schön rolle noch eine na ja du bist gesprungen ich habe gar keinen sprung angeordnet ich bin ich überhaupt bis zum speicher fass gekommen geht schon weiter ja jetzt bist du jetzt bist du weiter okay ich könnte jetzt einfach pass auf ich zeig es dir einfach mal jetzt wo ich ich ohne scheiß nur damit dass alle wissen ich sehe es gerade nicht er sieht es wirklich nicht bin ich sehe es nicht erstaunt aber ich hole dir einfach das extra leben ist so gut bin habe ich es nee du bist zu weit links so als kleine info ja ja jetzt hast du es unglaublich um mal hier zu beweisen dass Simon dieses spiel schon mal gespielt hat ich war ein bisschen zu jung für diese ok jetzt eigentlich hätte ich das nicht machen so jetzt gewinnst du am ende weil wir natürlich beide das erste level schaffen so hier lenkt mich ja weiter rechts weiter rechts weiter rechts also Nun ja warte und spring auch das war sehr knapp also nun zum eastern vorher hat eben gerade Lenk mich gesagt ne für alle die die was anderes verstanden hast du kannst weiter nach rechts ja weiter nach rechts immer noch rechts 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 stopp okay du hast das fass du hast das fass hier damit kann ich übrigens den nächsten gegnern aber ich weiß ich weiß ich weiß los 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 lass los ich brauch's gar nicht los was ich bin im staum Nee, nee, du hast jetzt Donkey Kong da. Okay, pass auf, über dir ist jetzt dieser eine Gegner, der ist jetzt weg. Spring hoch. Spring hoch. Spring! Ja, okay, du bist jetzt nur noch Donkey Kong. Okay, weiter nach rechts, weiter nach rechts. Stopp, spring hoch. Okay, das K haben wir schonmal. Weiter rechts. Okay, okay, geh weiter, geh weiter. Ja, 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 warte. Rolle! Ja, das war springen. Ja, ich weiß nicht. Aber auch sicher. Oh nein. Ich war panisch. Ja, ja, hab mal gesehen. Hätte man doch nicht einfach noch da drückt, aber okay, du bist dann. Okay, ich hätte mir das Leben nicht geholt, das gibt's ja gar nicht. Okay, du wirst immer rechts laufen, drück einfach immer nach rechts und dann tust du, was ich sage. Alles klar. Okay, lauf los nach rechts. Rolle. Äh, ne, zurück, zurück nach links. Äh, hier Rolle drücken, Y. Ne, nach rechts, nach rechts und Y gedrückt halten, genau. Weiter laufen nach rechts. Rolle. Sehr schön. Weiter, 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 weiter. Aber ich bin gut, ich bin gut. Rolle. Rolle. Ah, Mist. Weiter nach rechts, weiter nach rechts. Yes, Speichertonne. Und das habe ich auch. Weiter nach rechts, weiter nach rechts. Lauf, lauf, lauf. Ja, 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 ja. Wunderschön, ich bin einfach zu gut. Jetzt, bleib stehen. Spring. Spring. Sehr schön. Und jetzt nach rechts laufen. Nach rechts laufen. Weiter, weiter, ja. Ja, jetzt haben wir nämlich das Nasehorn hier. Nein. Scheiße. Oh nein, ich bin in den Abgrund gelaufen, weil er hätte schnell laufen müssen. Egal. Bist du dran? Ja, ja, ich bin dran. Was muss hier? Du bist auf das Nasehorn gesprungen und dann bist du in den scheiß Abgrund gelaufen. Was heißt hier, ich bin in den Abgrund gelaufen? Ja, weil du nicht schnell gelaufen bist, du bist langsam gelaufen. Ach so. Ah ja, mein Fehler. So. Alles klar. Jetzt, ohne Scheiß, mittlerweile kenne ich das Level schon so gut, dass ich es fast alleine jetzt hier machen könnte, aber ich höre nur auf dich. Ja gut, lauf mal rechts. Jetzt. Bisschen etwas da. Machen wir mal das gleich mit dir. Ja. Entschuldigung. Ich wusste, dass er kommt und irgendwie... Ja, dafür kann ich nicht mal was. Hey, ich hab' ihr Leben dafür geholt. Also... Da ist es schon wieder weg. Ich bin zwar nicht gewohnt, da... Ja, okay. Komm, du schaffst. Du bist sogar schon im Fass. So, geh nach rechts. Geh nach rechts. Geh nach rechts. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Stopp. Genau. Und jetzt nach rechts laufen. Also mit Dings gedrückt halten. Weiter. Ja, sehr schön. Einfach weiter. Yeah. Bonus Level. Das gleiche auch. Und wenn ich sage springen. Dann springen. Spring. Yes. Extra leben. So macht man das nämlich. So, weiter laufen. Weiter laufen. Weiter laufen. Spring. Nein. Du bist aber einfach zu langsam in den Abgrund. Gefallen. Ja. Du bist in den Abgrund gerannt. Wie immer. Selbstmordmäßig auf deinem Rino in den Abgrund gesprinteln. Naja, immerhin bin ich schon beim Speicherfass. Im Gegensatz zu dir. Okay. Ja, ich höre. Dann lauf mal los. Und nach rechts? Ja, nach rechts. Rechts, rechts. Lauf, lauf. Rolle. Sehr schön. Ja. Muss ich jetzt das Ding nehmen? Ja, du hast es. Du hast es. Du hast es. Lass es. Lass los. Ja, okay. Nicht ganz. Bin ich schon wieder gestorben? Spring. Du fragst mich so viele Fragen. Du bist über Action. Ich war Didi-Kong, oder? Ja. Didi-Kong musste das Ding gar nicht werfen. Du kannst einfach... Nein, du warst Donkey Kong am Anfang. Ach so. Ja, sag das so. Und dann bist du... Ist das fast zerstört und du bist sofort dabei gestorben? Ja, das ist dumm. Ja, weil du Donkey Kong warst, weil du es über den Kopf gehalten hast. Ja, dann musst du früher Bescheid sagen. Früher Bescheid sagen. So, jetzt hier... Komm. Ich meine jetzt Level 1 fertig. Und dann habe ich dich im Sack. So, jetzt war da rechts. Ja, warte, 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 warte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, warte, 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 warte. Ach, du... Nach links. Spring. Ja, sehr schön. Und jetzt nach rechts laufen, laufen, laufen. Laufen. Sehr schön. War da rechts. Ja, sehr schön. Bonus Stage. Laufen, 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 laufen. Und spring. Du bist nicht gesprungen, du... Ja, das dauert doch noch ein bisschen, bis es ankommt. Ich bin schon wieder gestorben. Bei dir sind so 5 Sekunden Reaktionszeiten. Ich habe jetzt schon so auf der Hälfte des Weges... Das wirst du später sehen. Da habe ich auf der Hälfte des Weges schon Bescheid gesagt. Und du tust gar nichts. Unglaublich. So. Ja, lauf los. Rolle. Das war spring. Geh, geh, weiter. Nee, 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 zurück. Ich muss ja noch Donkey Kong abholen. Ja, ja, ja. Nimm. Ja, ja. Schmeiß. Schmeiß am besten. Okay, okay. Geh mal weiter. Wechsel mal auf Donkey Kong. Das ist mir angenehmer. Wechsel auf Donkey Kong. Hä? Ja. Okay, jetzt bist du Donkey Kong. Alles klar, Entschuldigung. Das ist ein falscher Knopf oder so. Ja, okay. Ja, lauf, 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 lauf. Die Rante kam von hinten. Das ist mir eben auch passiert. Rolle, Rolle, Rolle. Rolle. Ah. Meine Güle. Du hast eine durchgerollt und der andere in den Hintern geschnüpfelt. Ja, es tut mir leid. Und die eine kam auf einmal von hinten. Als du panisch wurdest, habe ich einfach Rollen gedrückt, damit ich nicht sterbe. Ich habe mein bestes Versuch. Deine Kommandos sind nicht eindeutig genug. Ja, bei mir dauert das auch noch. Okay, okay. Nach rechts, nach rechts laufen. Äh, halten nach links, nach links, nach links. Das fasst du genau. Du hast das fasst. Und jetzt einfach nach rechts laufen, nach rechts laufen. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Und stopp. So, und jetzt noch mal ein bisschen nach rechts gehen, nach rechts gehen. Nach rechts gehen, nach rechts gehen. Und springen. Noch ein Stück nach rechts. Noch ganz klar. Jetzt springen. Und jetzt laufen. Schnell laufen. Ja, genau. Bam, bam, bam. Wo ist das nach vorne? Yes! Bonus Stage. Ich hole mir jedes Mal das verdammte Leben ab. Oh, jetzt kriegt Bananen. Spring. Yes, sehr schön. Jetzt lauf einfach weiter. Bis ich sage springen. Also nach vorne springen natürlich dann auch. Spring. Fuck. Du bist... Das gibt es nicht, ey. Du musst einen Tick früher. Ja, ich weiß. Diesmal habe ich es tatsächlich selber verpennt, weil ich gerade noch so begeistert war von mir selbst. Entschuldigung. Gerade noch so happy, dass ich eigentlich nicht sterben kann. Wir sind für immer gefangen im ersten Level. Von wegen, du gewinnst, ey. So. Lauf mal los. Lauf mal los. Schnell laufen. Schnell laufen. Schnell laufen. Schnell laufen. Schmink. 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 Nein. Du hast zwischen diesen zwei Fat Clubs gefangen. Weil schnell laufen bin ich immer selber panisch, wenn ich das Fat in der Hand habe. Ja, das ist... Die Reaktionszeit von Hören und dann reagieren ist echt unglaublich. Ja, das stimmt. Das ist schwer zu antizipieren. So. Weiter gehts. Jetzt gewinnig. Sassy. Ich mache das jetzt durch hier. Du müsstest auch schon überhaupt kein Leben haben. Ja, gut. Lauf nach rechts. Ja, weiter. Warte, 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 warte. Oh, oh. Oh, Alter. Jetzt stopp, stopp, stopp. Nee, nur ein Stück nach rechts und spring. Noch ein Stück nach rechts und spring. Ja, sehr schön. Spring nach rechts. Nein. Spring, spring. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt nach rechts laufen. Nach rechts laufen. Laufen, laufen, laufen. Yes. Bonus Stage. Bis dahin schaffe ich es immer. Auch wenn du Scheiße baust. Und spring. Jetzt bist du zu früh gesprungen. Egal. Alles gut, alles gut. Wir leben noch. Und spring. Jetzt bist du zu reaktionsschnell. Du bist tot übrigens. Jetzt bist du zu reaktionsschnell. Jetzt bist du zu reaktionsschnell. Unglaublich, ey. Okay, mein Turn. Ich will das jetzt schaffen. Jetzt machen wir das auch nicht. Es ist auch ein Erfolgserlebnis mit Pat in der Hand. Alles klar, alles klar. Dann... Lauf mal nach rechts. Schnell laufen. Schnell laufen. Schnell laufen. Rolle. Was? Oh, Game Over. Ich hab verloren. Oh, Wind. Ich hab verloren. Der erste Sieg geht offiziell damit an mich. Vielleicht sollte man das Spielsystem noch... Nein. Obwohl, ich find's gut. Ich find's gut. Du hättest es besser machen können. Ich hätt's besser machen können. Blindfolded Gamer Teil 1. Sieg an Simon. BAM! Sieg an Simon, ja. Sieg an Simon. Ihr fegst es mal bei Blindfolded Gamer. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht, äh... Schreibt ihr es in den Kommentaren, wenn ihr Vorschläge habt für irgendein Spiel. Dass wir spielen sollen. Alles was mit Super Nintendo zu tun hat, geht. Super Nintendo Playstation ist auch okay. Game Boy Advance. Computerspiele natürlich auch. Oder für die ältere Generation unter uns, Atari. Atari. Alles möglich. Komodore. Falls euch was einfällt, wir spielen es. Ich gewinne. Gar kein Problem. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mit ein paar neuen tollen Spielen. Blindfolded oder Simon sagt. Wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.